Ich darf Sie recht herzlich begrüßen zu einer neuen Ausgabe von Vollkraft. Schön, dass Sie eingeschalten haben. Willkommen zum Magazin. Das sind unsere Themen. Und wer nur ein klitzekleines bisschen Romantik in sich trägt, der wird jetzt garantiert Gänsehaut verspüren. Der strahlender Sonnenschein, die idealen Voraussetzungen für unsere Sommerglücksmomente-Tour. Und hier wohnt angeblich die Steirer Wasserfrau. Wie die aussieht. Und was die so den ganzen Tag macht, das schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Für uns geht es weiter mit Fliegenfischen und dafür braucht man ein ganz wichtiges Accessoire.